Hallo und willkommen bei Watchmaxs Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Falls du es noch nicht getan hast, abonniere jetzt meinen Kanal und du bist auf der 100% sicheren Seite. Keines meiner zukünftigen Videos verpassen. Turbi, ein Uhren Hersteller aus Hagen in Westfalen, hat mit der Pilot Anniversary Old Radium eine wirklich super interessante Interpretation einer Fliegeruhr auf den Markt gebracht und ich freue mich außerordentlich, sie euch heute in der 40 mm Variante vorstellen zu können. Ja und mit 40,5 mm im Durchmesser ist diese Fliegeruhr sicherlich eine kleinere Fliegeruhr. Das Saphirglas auf der Vorderseite sowie die Bauhöhe von 8,7 mm ohne und 10,6 mm mit Glas machen die Uhr jedoch zu einem perfekten Alltagsbegleiter. Der Horn-zu-Horn-Abstand beträgt 22 mm und die Gesamtlänge der Uhr sind 48 mm. Dieses goldene Werk wird es so nicht mehr geben. Das ist ein Ausstellungsstück. Turbi hat andere Werke im Angebot, die ich euch oben rechts verlinken werde, sodass ihr euch das auch ganz genau ansehen könnt. Was mir bei der Pilot Anniversary Old Radium sehr gut gefällt, ist der Kontrast der Old Radium Leuchtmasse und den gebläuten Zeigern. Insgesamt muss ich sagen, dass diese Turbi wie alle Turbi Uhren, die ich in der Hand hatte, eine extrem gute Verarbeitung hat, sehr sauber gearbeitet ist und auch bei dieser Uhr mag ich wirklich den Wechsel der satinierten und der polierten Flächen. Nochmal ein Vergleich zwischen den beiden Werken, die es in der Form nicht mehr geben wird. Links das goldene Standardwerk, rechts das etwas aufwändigere mit den geschliffenen Zahnrädern. Beide Werke wird es, wenn ich den Erda Lilitz von Turbi richtig verstanden habe, in der Form nicht mehr geben. Es wird nur noch die höherwertigen, veredelten Werke geben. Die Pilot Anniversary Old Radium, wie ich sie euch heute hier zeige, kostet 1.300 Euro Preis. Heute, ab 1.4. wird es sie nur noch mit dem Premium Werk geben und dann 1.900 Euro kosten. Lieferzeit beträgt aktuell zwei bis drei Monate. Das liegt nicht daran, dass Turbi keine Uhren verkaufen möchte, sondern daran, dass es schlicht und ergreifend Lieferengpässe bei bestimmten Teilen gibt. Damit ist Turbi nicht alleine. Das interessiert den Kunden in der Regel aber etwas weniger. Ärgerlich ist es und zwar für beide Seiten. Insbesondere, weil ich diese Uhr wirklich schön finde, mit dem polierten Topring, mit den satinierten Seiten, mit dem satinierten, mit dem polierten Bodenring. Ich finde sie wirklich wunderschön gearbeitet und die blauen Zeiger sowohl Stunde Minute als auch die kleine Sekunde auf 6 Uhr sind ein Hingucker. Der Schriftzug über der Sekundenanzeige auf 6 Uhr deutet auf das 15-jährige Firmenjubiläum von Turbi hin. Die Krone ist übrigens auch poliert, so dass auch hier ein sehr schöner Kontrast zu den satinierten Seitenflanken entsteht. Das Armband ist ein dickes, massives Lederband mit der ganz typischen Formgebung der Pilotenuhren, breit am Ansatz, sich dann sehr schnell verjüngend und zur Schließe hin etwas schmaler werden. Die Schließe selber ist übrigens auch mit Turbi signiert und insgesamt eine sehr typische Fliegeruhr. Wie gesagt, etwas klein für eine Fliegeruhr, aber Turbi bietet dieses Modell auch in 43 und 45 Millimetern an, so dass hier für jedes Handgelenk etwas zu finden sein sollte. Die Uhr ist bis 5 Bar wasserdicht. Verbaut ist ein ETA UNITAS 6498-1 Handaufzugswerk und ich möchte euch natürlich nicht vorenthalten, wie diese Uhr an meinem Handgelenk aussieht. Dafür muss ich meine Circular Aqua Sport ablegen und lege jetzt die Turbi Anniversary Old Radium an den Arm. Na, kriege ich das zu? Ja, tatsächlich. Ihr könnt sehen, 40 Millimeter ist wirklich eine ideale Größe für mich. Das Band finde ich noch etwas steif, aber wenn es eingetragen ist, wird es mit Sicherheit sehr bequem am Arm sitzen und die Farbgestaltung der Uhr finde ich sehr gelungen, gefällt mir wirklich über die Maßen gut. Ich würde euch natürlich auch noch gerne zeigen, wie die Uhr bei Nacht aussieht und dafür muss ich es erst mal dunkel machen. Da mache ich jetzt mal die erste Videoleuchte aus und dann mache ich in der Folge auch die zweite Videoleuchte aus und zeige euch, wie die Turbi Pilot Anniversary Old Radium, was für ein langer Name bei Nacht aussieht. Eine sehr, sehr starke Leuchtmasse, trotz des Old Radium Stils, aus jedem Winkel sehr gut ablesbar, sehr, sehr hell leuchtend, also wirklich etwas für meine schwachen Augen in der Nacht. Ich kann die Zeit spielend leicht ablesen und ich habe viele Uhren, die weniger hell leuchten. Für eine Fliegeruhr gehört sich das so, aber ich finde es immer wieder beeindruckend, wie toll manche Hersteller das umsetzen und wie lange das auch anhält. Es gibt diese Uhr auch im klassischen Stil, nicht mit Old Radium, das heißt mit weißer Leuchtmasse. Die gebläuten Zeiger passen auch zu der weißen Leuchtmasse. Zu der Old Radium finde ich passt es noch einen kleinen Tick besser. Es gibt die Uhr in drei verschiedenen Größen, 40,5 wie hier gezeigt, 43 und 45 Millimeter und mit unterschiedlichsten Werkvarianten. Am besten schaut ihr mal bei www.turbiwatches.de auf die Homepage, denn es ist wirklich erstaunlich, wie viel Individualisierung Turbi anbietet. Ich habe euch am Ende des Videos auch ein Video verlinkt zur Verpackung der Turbi, denn ich finde es klasse, dass Turbi diese Uhr in einer hochwertigen, qualitativ hochwertigen Reiseverpackung verschickt und keine Box, die letztendlich nur eine Art von Edelmüll darstellt. Ja, ich hoffe, euch hat die Uhr genauso gut gefallen wie mir. Ihr freut euch auf die nächsten Videos. Ich tue es auf jeden Fall. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und bleibe bis dahin, euer Axel. Tschüss!